da sind wir mit der nächsten folge 2 gegen 2 das problem für uns ist jetzt die anderen haben schon obsidian so munkelt man aber an dem achievement gesehen das heißt sie können jetzt schon in nether gehen da sind uns natürlich jetzt schon einiges voraus wir haben leider nur ein diamond gefunden und einen diamond kaputt gemacht da hätte das auch tatsächlich nicht gebraucht wir hätten drei woche drei um den spitzakt zu schaffen ich bewege mich mal so langsam in die richtung wo wir her kamen damit ich den weg nicht ganz verliere wie ich jetzt solltest du das auch tun dann sind wir mit my craft challenge team challenge mit marie und sascha kaputt machen wo bauen wir das total und nebenhützchen draußen ich brauche sie aber niemanden wenn man so was ja ruhig draußen sein oder und schon wieder die google ich denke ich bin da nicht ausgeleuchtet was alles der soll hier soll ich krippen die die aus wie eine falle spinnen spawner ist so cool ist doch voll gut weil james spinnen spawner hier drin nicht aber normalerweise ist gut weil ja mal knapp sind ja gerne mal lautlos die sind schon im nether jetzt ja scheiß drauf die sterben im nether könnte schon passieren ich würde es auch nicht ausschließen tatsächlich ich würde es auch nicht ausschließen dass wir hier gleich sterben na gibt spänner gekillt ich komme dazu ich habe ihn gesehen bin ich schon drei hoch blöde wichser nein blöder wichser komm her kann ich ihn auch nicht ich glaube ich habe ihn nicht ja doch jetzt ja ja ist sie genau erster jungen erster läuft läuft ja fast schon speedo an die speedo anheisen machen und in der sache jetzt doch ja man ja warte mal die perle lasse ich draußen also einmal kurz damit hier den erfolg und einmal um zu gucken ob wir ihn gerade hier schon in der nähe haben aber na der schach geht auch noch weiter hier die mine ja die minen sind echt ich bin an der stelle wo wir wischendurch stopp gemacht haben um hier ist ein riesen wasserfall hier geht es noch mal richtig nach unten da sind diamonds ich bin okay dann bringen die mit ich gehe raus ich bin ich hoffe dass wir so bestehen wenn ich hier runter gehe das dunkel 14 fackeln habe ich noch sollte reichen um ich habe das ich habe hier ausgebaut gehabt dass man wieder hoch kommt Ich bin jetzt wieder an der Stelle, wo wir sind noch 14 Eisen drin. Also das war schon nicht unsinnig, da noch mal umzugehen. Mann, das war auch wieder ein einzelner Diamond. Ich habe einen Luck of the Sea 3 Buch gefunden. Damit können wir eine Angel enchanten und dann einfach mal angeln. Dann kann man mehr Bücher finden. Okay. Klingt aber zeitaufwendig, oder? Ja, ich habe halt keine, ich kann es gar nicht einschätzen, wie lange die Kollegen da brauchen werden. Ich glaube, die scheißen dann hart rein. Die werden vielleicht schneller am Ziel sein, aber die werden das forcieren und dann werden sie alles verlieren oder so reinkacken. Ja, kann schon gut sein. Dann schneiden wir sie weg. Also ich habe jetzt einen Diamond, also insgesamt habe ich zwei Diamonds. Reicht, ich habe auch einen. Dann haben wir drei, dann können wir Sidian farmen. Okay, ja. Also du hast einen Erfolg. Nein, ich habe Hühner gepaart. Hühnchen gepaart. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss hier raus. Das ist mir hier gerade zu verwinkelt. Okay. Ja, komm hoch. Wir gehen in der Saft. Ich glaube, das ist ja weniger gefährlicher, als was ich hier mache. War aber spaßig. Ich habe mich gefühlt wie Indiana Jones. Das heißt, er hat irgendwas vermehrt. Ach ja, ich dachte, sie sind im Nether. Ich glaube, wir sind nur im Nether gegangen, um es abzupacken. Ja, kann klar. Wenn wir das schon in den Nether gehen, dann denken die, wir sind schon voll weit. Ja. Und jetzt haben die das erste Huhn. Weißt du, wir haben jetzt schon eine ganze Armee an Hühnern. Ja, das kann auch echt sein, dass ihr jetzt einfach abpacken wolltet. Würde passen. Gollene Karotten sind eigentlich, glaube ich, ganz gut. Gollene Äpfel sind, glaube ich, besser. Aber Äpfel kann ich nicht anbauen. Ah, ich trottel. Ich kann aber auch karotten. So, ist Tag. Nice, ist Tag. Was hat sich hier getan? Nicht viel? Nicht viel. So, jetzt erstmal hier umgucken. Was haben wir da oben? So viel Stein habe ich eigentlich. So ein bisschen. Replays. Äh, war da kurz? Wie steigt man hier nochmal? Wir sind im Messer. Geht. Keine Zeit. Dann verreckt doch. Naja, wir sind aber glücklich im Messer. Pass auf, nicht tatsächlich nur der Schubster, ne? Er kommt angejumped. Oh, yo, warte mal. Ich habe mich runtergeschubt. Nein. Ich kann mich nicht hochbauen. Was ist das für ein Scheiß? Ah, was ist das für ein Scheiß? Ja, aber was ist das? Warum kann ich mich nicht hochbauen? Aha. Äh? Ich habe meinen Damage-Spitzer gefüllt. Egal, wir haben ja genug Damage. Ja. Trotzdem. Kann man schon auch schon wieder einfach, oder? Sehr ehrlich ist das, die dann jetzt können wir auch schon. Dann auch den Bonus. Sorry. So, was ich jetzt machen werde, ist... Die Creeper sind noch da. Wo? Oh, Anni ist tot. Ejo. It happens. Nein, uns nicht. So, ach so, ich würde erstmal hier reingehen. So, wo sind die ganzen Köter? Ich packe die Diamonds in der Kiste, ne? Ja, ja, ich mache sofort. Sag nicht, die ganzen Hunde sind hier weg. Das ist ja wohl ein Arsch. Äh, ich habe eben noch welche gesehen, die nicht weit weg waren, also. Aber hier waren doch... Ach, da. Hunnis, die Hunnis. Ja, scheiße, hat nicht gereicht. Was denn? Willst du Hunde anlocken, oder? Ich hatte, wir hatten sechs Knochen und damit kannst du zähmen, aber sechs Knochen haben nicht gereicht. Ah, okay, das ist zu wenig. Die Gierigen, die wollen mehr. Naja, so, dann mache ich mir jetzt eine Spitzhacke aus Bayern. Eine Spitzhacke. Eine Spitzhacke. Und dann gucken wir mal, dass wir auch in Nether kommen. No. So, was habe ich noch? Die Möhrchen. Ich habe doch gar keine Schiffe mehr, was soll das denn? Oh shit, ich bin auf dem Feld. Du kannst den Bogen hier machen. Ach, du hast es schon einen Bogen, ne? Äh, habe ich ja, ja. Okay, okay, okay. Ich bin aus Versehen auf dem Feld gipft, auf einer Stelle, das war nicht gut. Ja, das war ein bisschen. Wie das Fünste, aber Möhren an jetzt, ne? Ah, okay. Aber da braucht man eine Hole, um da in Ordnung zu bringen. Das ist für dich nicht okay, dein Frauenbild. Einfach kurz Bruder fragen, ob er rüberkommt. Yeho. Ja. Soll ich die Eier an die Wand schleudern oder machen wir damit? Aufheben. Ja, ja, einfach mal an die Wand schleudern, dass du halt... Hoffentlich ein Huhn rauskommt. Bam. Bam. Ihr kriegt nochmal Liebe. Hier. Ja, genau. Ja, du auch. So. Oh, ich habe mich bei der Axte genommen, ich bin vollidiot. Ach. Ja, wirklich kacke, hier war ein Goldblock. Ach, oder auch. Kann doch nicht wahr sein. Eisner haben wir nicht mehr genug, ne? Das wäre keine Lust so. Ich guck gerade, aber... Ja, ich glaube nicht. Was ist gerade für Dings ausgegeben? Das Schild und so. Oder das Schild wird lange rausgehalten. Ja, dann müsst ihr halt fahren nochmal. Ein Eisen fahren. Ah, ne, da sind noch welche. Iron Spitzhacke. Ich habe jetzt nicht mehr zu viel zu verdienen, aber am meisten würde ich jetzt mal mitnehmen. Ich habe ein bisschen Steine mehr mitgenommen, dann kann man das mehr zuknallen. Ja, wie auch schon gemacht hier. Wackeln wir in der Woche. Ich habe Wackeln. Kostet mich. Ja, gut. Die Zerke muss reichen. Oh, wo bist du? Du bist... Ich bin rechts von dir. Also, geradeaus jetzt. Ah! Sieht immer noch heiß. Ja, ich weiss du. Ich bin noch ein Kass. Jo, komm mal. Mal kurz. Kass, passt. Kass, passt. Kass, passt. Komm noch. das ist die fackeln das wird dann bist du so lange versuch alles mögliche zuzumachen böser an der lava ist ja wenn man verliert alles ja wenn man so reinfällt ja die paren sich doch nicht so das ist generell ja alles ziemlich kacke ja glowsounds noch ein bisschen mitnehmen so ich weiß nicht mehr ist obsidian Wasser auf Lava oder Lava auf Wasser ne ich glaube Wasser auf Lava sicher ne sicher bin ich nicht wo bist du haben wir Lava in der Nähe überhaupt ich habe Lava im Eimer ich habe Lava im Eimer ne es ist Wasser auf Lava scheiße das ist schlecht das ist was wir brauchen Lava See das ist uncool da habe ich natürlich noch gar nicht dran gedacht ich dachte die sind andersrum ok Lava See Lava See Lava See Mr. Lava Lava Enchanted Book machst du dir eine Goldrüstungsteil egal was mit dem Helm gemacht und den Rest Eisen ja genau genau so habe ich es gemacht als hätte ich das schon mal irgendwo gesehen die Zeit ist auch schon wieder rum gleich echt da geht es schnell die müssen ja dann ich kann mir nicht vorstellen dass die schon so viele Pfeile haben weißt du das denke ich mir halt die müssen ja dann ohne Bohrung und Pfeile in den Nether rein na weißt du warum Andi gestorben ist das ist ja da doof shit talk ist nur halb so witzig wenn die Leute es nicht mitkriegen so ich habe Wasser im Bucket ich glaube ich weiß wo ein Lava See ist ja ne warte mal hier war Wasser scheiße ne ich habe Wasser und Lava verwechselt also ich kann da hinlaufen wo wir eben waren da ist da ist auch was aber ich fahre hier mal ein bisschen die Küste ab für mich schneller also mit dem Boot ist man halt eigentlich am schnellsten unterwegs vielleicht sehe ich was achso ja wollen wir noch eine aufnehmen wollen wir die Folge mal beenden dann war es das mit der Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge reingehauen wir sind schon wieder durch folgen schon wieder durch? ja 20 Minuten dann will ich mal sagen das war es und man hört sich ciao ciao tschüssi 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 Untertitelung des ZDF, 2020